Box-Legende Mike Tyson kehrt zurück in den Boxring. Am 15. November trifft er auf den YouTube-Star Jake Paul. Dieses mit Spannung erwartete Duell markiert Netflix ersten Ausflug in den Boxsport. Ursprünglich sollte der Kampf im Juli stattfinden, wurde aber verschoben. Ein Magengeschwür bei Mike Tyson zwang zur Terminänderung. Doch jetzt zeigt sich der 58-Jährige wieder kämpferisch. Ich bin bereit, verkündete er in einem Interview mit TMZ Sports. Das Training läuft gut. Alles andere ist nur Gerede. Es geht um die Action, so Tyson weiter. Mike Tyson sieht in Jake Paul einen ernstzunehmenden Gegner. Ich betrachte ihn als einen sehr gefährlichen Gegner und freue mich darauf, ihn auszuschalten, erklärte er. Jake Paul, auch bekannt als das Problemkind, hat bereits neun Siege im Boxsport erzielt. Nur eine Niederlage musste er bisher einstecken. Gegen Tommy Fury im Februar 2023. Der ehemalige YouTube-Star hat sich als ernstzunehmender Boxer etabliert. Mike Tyson, Vater von sieben Kindern und absolute Box-Legende, bleibt auch außerhalb des Rings aktiv. Seine neue Partnerschaft mit dem Energieproduktehersteller LFGO zeigt sein unternehmerisches Engagement. Fans auf der ganzen Welt freuen sich auf dieses Duell der Generationen. Das Aufeinandertreffen von Erfahrung und Jugend verspricht Spannung pur. Wer wird am Ende siegreich aus dem Ring steigen? Die Antwort darauf gibt es am 15. November auf Netflix.